Buchholz in der Nordheide, die Stadt mit 39.500 Einwohnern, liegt am nördlichen Rand der Hüneburger Heide. 2008 feiert Buchholz sein Jubiläum, 50 Jahre Stadtrechte. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten fand das fünfte Jens-Hattje-Porsche-Treffen statt. Buchholz ist eine junge Stadt. Sie bekam nämlich erst am 16. August 1958 ihre Stadtrechte verliehen. Hier wurde schon immer von der verkehrsgünstigen Lage profitiert. Erst durch die Eisenbahnlinien, später durch die Nähe zu Hamburg. In und um den Ortskern wurden in den letzten 30 Jahren moderne Wohnungen und einladende Geschäfte errichtet. Die Stadt fördert den Sport. Neben Schwimmbad und Tennisplätzen profitieren Vereine von großzügigen Hallenbauten, die Wettkampfstandard besitzen. Die Einkaufsmöglichkeiten locken eine Vielzahl von Kunden aus dem weitläufigen Umland an. Nicht umsonst haben Unternehmen wie Möbelkraft Buchholz als Standort ausgewählt.